Ich melde mich heute außer der Reihe, weil ich gerne einen Freund von mir grüßen möchte. Der hat nämlich heute seinen runden Geburtstag. Deswegen, Achim Glück, alles Liebe und alles Gute zum Geburtstag. Und ich melde mich deswegen, weil der Achim mal vor einiger Zeit, das muss im März oder April gewesen sein, ein Video gemacht hat. Kurz nachdem ich mal einen Tesla Model S gekauft habe und darüber hat ein Video gemacht. Das ist ziemlich lustig geworden und deswegen möchte ich das mal hier verlinken. Tippt bitte da drauf, das Video ist wirklich sehenswert, ein Viertelstündchen. Schaut einfach mal rein und hinterlasst einen netten Geburtstagskommentar für den Achim, der freut sich ganz bestimmt. Also Achim Glück, übrigens auch früher Radiomoderator gewesen, so wie ich, daher kenne ich ihn. Alles Gute zum Geburtstag und ich freue mich auf viele nette Gespräche mit dir. Tschüss!